hey leute ganz kurz und zwar geht es um eine wichtige sache vielleicht hat es der eine oder andere schon mitbekommen und zwar verschwinden kommentare unter den videos also ich hatte vor ein paar tagen wurde ich von abonnenten angesprochen die mich gefragt hat wo ihr kommentar ist und ob ich das gelöscht habe dann nach ein paar tagen also einige tage später hat mich jetzt hat mich wieder ein zuschauer angesprochen dann es sind schon drei leute oder vier leute die mich gefragt haben hey was ist mit meinem kommentar was ich geschrieben habe unter deinen videos wo ist das hin das heißt die kommentare die die zuschauer geschrieben haben die verschwinden nur plötzlich unter videos und das geht halt nicht nur mir so das geht auch das geht auch weltweit jeden youtuber so egal wo er ist es gibt es gibt es gibt halt auch youtube größen die da auch schon videos drüber gemacht haben um einfach so ein bisschen youtube anzuschreiben und hängen warum sind die kommentare weg die leute regen sich auf und das ding ist halt keiner weiß warum die kommentare verschwinden und nein das wird euch jeder youtuber bestätigen nein wir löschen keine kommentare wenn ich merke es ist jemand der etwas beleidigende schreibt oder jemanden anderen angreift unter den videos dann wird er von mir gleich blockiert da kenne ich keine freunde das wirst du aber so zum beispiel wenn ich wenn mich jemand jemand sagt hey schönes video und dann schreibe ich danke dann ist plötzlich das kommentar von der person die geschrieben hat hey schönes video das ist weg und nur meine antwort steht dann gibt es aber auch von dem phänomene wo beides weg ist also die die antwort des youtubers ist dann weg und das kommentar des zuschauers und warum das ist und warum das passiert weiß ich nicht das weiß gar keiner kein keiner weiß irgendwas es wird vermutet dass es ein fehler von youtube ist dass youtube wahrscheinlich irgendwo ein bug drin hat den sie den sie bis heute noch nicht behoben haben ja bis heute weil ich habe mich gerade im internet umgeguckt schlau gemacht wollte wissen was da vor sich geht wieso diese kommentare verschwinden und das älteste video was ich finden konnte auch von dem youtuber das ist fünf jahre alt das heißt dieses phänomen dass kommentare verschwinden das gibt es schon seit fünf jahren und seit fünf jahren weiß kein mensch warum seit fünf jahren macht youtube nicht was natürlich ärgerlich ist für die youtuber wenn du ein video machst freust du dich über die kommentare oder wenn du als zuschauer was schreibst dann dann sagst du hey tolles video und man freut sich als zuschauer auch wenn der youtube beantwortet und manchmal das habe ich auch schon gehabt da habe ich einer zuschauerin geantwortet und wenig später wurde meine antwort auch gar nicht mehr angezeigt das heißt ich habe dieser diesen zuschauer und oder dieser zuschauerin habe mich dabei ihr bedankt habe mir habt geantwortet und im nächsten moment als ich das video angeguckt habe war meine antwort weg teilweise verschwinden unter videos ganze kommentare also nicht nur ein oder zwei kommentare wenn da steht 20 kommentare dann sind 20 kommentare plötzlich weg und das geht halt schon die ganze zeit so ich wollte dass ich wollte dass hier im video auch nur ansprechen weil ich wie gesagt schon gefragt wurde von meinen zuschauern warum verschwinden meine kommentare unter den videos was hast du gemacht hast du irgendwas gelöscht nein ich habe nicht gelöscht und das hat auch und hat auch kein anderer gelöscht also zuschauer können die kommentare unter meinen videos nicht löschen das kann nur ich weil ich der kanalinhaber bin und ihr wisst ja ich lasse die kommentare wenn sie so ja ein bisschen beleidigend sind dann lasse ich die meistens stehen weil ich antworte auf solche beleidigen kommentare nicht also wenn ihr mal seht hey ich bekomme mir von dir gar keine antwort dann ist es meistens so dass ihr etwas falsches geschrieben habt was ich nicht lesen möchte und das mich verletzt und deswegen antworte ich nicht ansonsten an versuche ich immer zu antworten und wenn ich zum beispiel die lea schreibt hey das pferd was du gekauft hat sieht echt schön aus und ich und ich antworte mit vielen dank und bei der lea wird dieses wird meine antwort aber nicht angezeigt dann ist das auch so ein unding das heißt sie kann sehen dass das ich mich bedankt habe aber mein kommentar unter ihrer unter ihrem kommentar ist weg das ist auch so ein unding warum plötzlich kommentare verschwinden oder oder ganze oder oder mehrere kommentare verschwinden das weiß ich nicht ich versuche ich versuche die nächsten tage auf youtube ein bisschen rum zu gucken vielleicht hat ja irgendjemand von den anderen youtuber mal so so teilweise vielleicht eine ahnung weswegen es sein könnte also bitte für bitte seid mir nicht böse oder den anderen youtuber wir löschen keine kommentare von euch es gibt youtuber die lassen die kommentare wenn sie nicht nett gemeint sind einfach so stehen die antwort noch gar nicht mehr drauf weil den stress machen die sich nicht und den stress mache ich mir auch nicht mehr das heißt wenn ihr irgendwelche beleidigenden wörter schreibt dann antworte ich nicht mehr drauf den stress mache ich mir einfach nicht mehr die muss ich mir nicht machen aber ich werde keine normalen kommentare wie hallo schönes video oder hallo wie geht's dir ich werde sowas nicht löschen ich wüsste auch gar nicht warum ich werde nur leute blockieren die wirklich richtig stumm verbreiten wollen ansonsten so so andern für sich warum sollten wir youtuber kommentare löschen das sind ja mal ist es nur gut gemeinte kommentare wie gesagt wir löschen das nicht das ist wahrscheinlich youtube wahrscheinlich gibt es seit fünf jahren irgendeinen bug bei youtube oder oder fehler oder warum auch immer und diesen fehler hat youtube flash wahrscheinlich bis heute noch nicht korrigiert vielleicht weiß youtube selber nicht dass dieser fehler da ist ich meine da sitzen ja auch menschen dahinter bei youtube die gucken alles und da wurden kommentare gemeldet und da und egal was ihr alles was ihr unter dem video schreibt ob nett gemeint oder ob gemeint ist ja ob wenn ihr auch wenn ihr schreibt dein video ist scheiße auch das liest youtube youtube liest jedes kommentar was geschrieben wird und sollte irgendein kommentar beleidigend sein werdet ihr von youtube benachrichtigt dass euer kommentar gelöscht wurde aber dass das plötzlich kommentare verschwinden und man nicht mal eine benachrichtigung bekommt ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich wollte euch das wie gesagt nur sagen damit ihr nicht im dunkeln steht und sagt hey mein kommentar ist weg das ist von dem video was ich was du vor zwei jahren gemacht hast warum ist mein kommentar da weg oder hey du hast gestern video gemacht warum ist mein kommentar weg wie gesagt es weiß keiner warum die kommentare verschwinden es weiß einfach keiner wie gesagt es kann ein fehler von youtube sein ich werde mich diesbezüglich weiter umhören und wirklich alles durchblättern vielleicht hat irgendeiner von den anderen youtuber eine ahnung woran es liegen kann ich habe wie gesagt dieses video nur gemacht damit ihr auch mal auf den laufenden gehalten werden und nicht sagt hey du ich habe doch das video geguckt ich habe doch da was runtergeschrieben wo ist denn das mir ging das auch so ich habe auch vor ein paar tagen einer einer abonnentin geantwortet und meine antwort ist wurde gelöscht ist einfach verschwunden ich habe mich einfach bloß bedankt und einen tag später ist es verschwunden und wie gesagt wenn ihr irgendwas was schreibt was nicht nett gemeint ist etwas beleidigenden das dann bekommt ihr von youtube eine benachrichtigung oder das heißt hey dein kommentar wurde von youtube gelöscht weil irgendwelches gemeines drin ist oder irgendein verbotenes wort drin ist das muss man nicht mal mit absicht machen man schreibt irgendein wort und dann plötzlich oder einen zusammenhang von zwei buchstaben und schon sagt youtube hey das geht so nicht aber dieses phänomen das ganze kommentare verschwinden unter den videos das da da weiß keiner was und ich wollte euch wie gesagt nur ja dieses video machen um euch auf dem laufenden zu halten weil wie gesagt es wurden wurde wirklich schon sehr sehr oft gefragt warum sind eure kommentare weg nur deswegen habe ich das video hier gemacht ich wünsche euch trotzdem noch eine schöne zeit und genau vielleicht hat ja einer von euch eine ahnung glaube ich zwar nicht aber also wenn ich mal youtube selber weiß woran es liegt dann nicht aber wir können gerne spekulieren ihr könnt gerne und das video schreiben warum ihr denkt dass es so ist ansonsten wie gesagt ich höre mich die nächste zeit auch wieder um auf youtube ich gucke heute noch woran es liegen kann ich lasse da nicht locker ich gucke so lange bis ich weiß warum ich glaube zwar nicht dass ich dass ich den grund des kommentare finden werde das heißt aber ja ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss und auf wiedersehen